Hi, hier ist AffinityJack und heute zeige ich euch den Tilt-Shift oder Miniatur-Effekt. Dieses und andere Tutorials könnt ihr auch auf Affinity-Tutorials.de anschauen. Also der Tilt-Shift-Effekt oder auch Miniatur-Effekt, denn alles soll so ein bisschen aussehen wie Spielzeug. Das kann man zum einen herkömmlich machen mit einem bestimmten Objektiv, aber eben auch nachträglich per Software. Und diese Variante zeige ich euch mal. Ist hier ein bisschen versteckt, ich nehme hier den Live-Filter und dann unter Schärfe, Tiefenschärfe. Den lege ich jetzt hier rauf und habe jetzt erstmal grundsätzlich die Wahl zwischen den Auswahlformen, auf wo der Effekt letztlich generiert wird. In dem Fall brauche ich keine Ellipse, sondern, das ist ein bisschen irreführend, finde ich, hier nennt sich das Tilt-Shift. Elliptisch heißt aber letztlich auch Tilt-Shift, ist nur eine andere Form. Also wir haben einmal Elliptisch und einmal so einen länglichen Balken. Der Tilt-Shift-Effekt setzt sich letztlich aus drei Komponenten zusammen, die man hier passenderweise in einem Filter reingelegt hat. Nämlich den Radius, das heißt, ich zeige es gleich mal, die Stärke der Unschärfe. Kann man jetzt also einstellen, wie unscharf der Bereich letztlich hinten werden soll. Ich gehe mal nicht ganz so stark, ich mache es mal so. Und werde mich jetzt auch gleich erstmal diesem Unschärfe-Bereich widmen. Und zwar, man hat ja hier verschiedene Punkte und verschiedene Linien. Ich zeige mal, was diese Punkte bedeuten. Der Punkt in der Mitte ist der Fokuspunkt. Das heißt, in diesem Bereich hat man die eigentliche Schärfe, so wie das Bild mal war. Also da, wo ich das hinziehe, dieser Bereich, dieses Feld, zeigt Schärfe. Alles andere wird unschärfer. Also ziehe ich mal den Fokuspunkt erstmal schon mal hier hin. Die zweite Linie, hier markiert mit einem Punkt, markiert den Bereich, wo es anfängt unscharf zu werden. Also wo der Übergang stattfindet. So, den kann man sich jetzt einstellen für beide Bereiche. Einmal für oben, einmal für unten. Ich mache es jetzt also mal für meinen Effekt in etwa hier. Und gleichzeitig kann man jetzt, ich zeige es mal, das Ganze neigen. Also ich gehe mal so knapp an der Flugzeugkante entlang. Und der dritte Bereich ist dort, wo dann wirklich die absolute Unschärfe beginnt. So, das mache ich jetzt mal in etwa so. Ein zweites Element von diesem Tilt-Shift-Effekt ist aber auch die Sättigung. Hier genannt die Leuchtkraft. Also die Farben sollen auch spielzeugartig schön knallig sein. Insofern kann man hier die Leuchtkraft regulieren. Da hier nicht ganz so viele Farben drin sind, gehe ich mal auf Anschlag. Und das nächste ist, dass hier der Unterschied zwischen der Unschärfe, die man hier einstellt, und der Schärfe. Klarheit ist also ein Element der Schärfe. Dass dieser Kontrast ziemlich stark sein soll. Also kann man auch hier diesen scharfen Bereich gleich ein wenig schärfer machen. Ich gehe mal ruhig recht hoch, sagen wir mal so bis hier. Jetzt hat man allerdings Folgendes. Wenn man hier sieht, verschieben sich die Ränder. Man bekommt hier so Ausblendungen. Das verhindert man, indem man hier die Transparenz übernimmt. Nun wäre im Groben der Effekt fertig. Ich klicke mal weg. Allerdings, um die Illusionen ein bisschen besser hinzukriegen, sollte man diese Fahrzeuge hier, also diese Dinge, die man letztlich als Spielzeug darstellen will, sollte man die entsprechend natürlich scharf haben, also im Fokus. Das kann man rausmaskieren. Deshalb ist es ein Live-Filter. Man geht hier auf die Maske, schnappt sich einen Pinsel, wählt die Härte. Ich gehe mal nicht ganz so hoch. Und zwar aus folgendem Grund, damit nicht gleich man so jede Kante sieht, also gehe ich auch nicht mit der Deckkraft ganz so hoch. Nehme ich die auch mal ein bisschen niedriger. Und fange jetzt an, raus zu maskieren. So, ich mache es jetzt nur mal schnell. Nur um diesen Weg zu zeigen. Man würde jetzt also natürlich diese Heckleitwerk raus maskieren. Man würde natürlich diesen Bereich gerade maskieren. Man würde jedes Fahrzeug, die Person, ich zeige es nur mal kurz, die würde man alle, man müsste dazu natürlich rangehen, ein bisschen ordentlicher arbeiten. Man würde die alle frei maskieren. Zum Beispiel auch den Hut, da müsste man natürlich die Pinselgröße anpassen. Das Fahrzeug, insbesondere natürlich das Fahrzeug im Vordergrund. Wie gesagt, ich mache es jetzt nur schnell. Man müsste dann nachher ein bisschen genauer arbeiten. Das wäre der Weg, wie man mit Affinity Photo den Tilt-Shift-Effekt herstellt. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.